Einen wundervollen schump-schump-guntag Schump-schump-schump-schump-schump-schump Ich heiße Euch recht herzlich willkommen Was?p Oder was? Bist Du runter gefallen Alter? Ey das ist Ernst hier ist das ernst Mann Bronzy Jemand von Euch hat mich runter geschubst man Kennst Du die Map wir müssen jetzt mal gewinnen hier auf dieser Karte wir haben bisher die immer nur verkặt hier Ja der Curie und ich, wir sind ja noch in L.A. Immer noch! Wir sind grade schon auf dem Rückflug Oder wir sind ja grad sogar schon auf dem Rückflug Ja stimmt Wir sind doch schon da aber wir sind noch amасkurieren Aber das ist doch die Eier im Krauen, was? Oh nein! Die letzte Folge Die letzte Folge war leider ohne Webcam Also ich hab mit Webcam eigentlich aufgenommen Aber der hat das leider nicht verarbeitet Irgendwie Wannste? Habt ihr Blöcke? Ja Sehr gut Jungs Hä? Ey geh weg! Ich kann nicht so weiter bauen Achso Geh weg Wie hoch bauen? Weiter Curry go go Ich hab keine Blöcke mehr Ey was machst du denn? Okay der Sascha baut schon mal eine Sandburg Ja ich muss das Bett irgendwie ein bisschen schützen Ich bin in die Mitte da kommt jemand Da kommt welche! Ein Kaktus! Ich bin tot Ach Kriegst dich wieder an auf den Kopf hier hör mal Was ist denn mit unserem Bett? Du hast zugebaut Mann Einfach nur so ein Sandblock der da steht Okay Jungs jetzt nicht wieder überheblich werden Besser gebaut ja Sascha und was ist das hier? Du hast uns jetzt von unserem eigenen Bett aus gesperrt Alter die Moni hat schon ein Schwert und so Ja damit da keiner hinspringen kann Das ist doch notwendig Mann Moni ist da Vorsicht 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 Komm haut sie weg da Hol den Sascha Jawoll Nice So jetzt hol ich mir die Mitte und dann ist vorbei hier mit der anlegen Ja klar Mach das Sascha Oh 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 Die haben Bögen ne? Ja ja Die machen das immer so schnell Die teilen sich den Stuff halt untereinander auf Leute Die kommen Die kommen die kommen die kommen Leute ich bin down ich bin down ich bin down Ja hier guck mal was der macht Der baut sich hoch Komm her Nice Ich hab ihn hab ihn Er hat mich auch aber macht nix Zack Der Kattus ist wieder da Alter warum gehen die denn alle auf uns? Die gehen mit blau die gehen mit alle Mann 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 Könnt ihr sagen warum Weil wir blau sind Ach wir sind ja blau Kör ich mir doch voll zu ey Voll zu Kannst du jetzt mal hier bitte Sascha Guck mal die brauchen uns Die brauchen sich nur einmal hier so rüber bauen weißt du dann sind die bei uns am Bett Und wir nicht Wer hat denn hier das Bett so zu gebaut Das war Sascha Das muss man doch so zu bauen Das Problem ist dann können die nicht mehr rüber springen Ja aber wir müssen doch trotzdem einen Weg haben damit wir da Warum Wenn die sich jetzt Guck mal Sascha die haben sich grad hier hoch gebaut Dann wollten sie sich rüber zum Bett bauen dann hätten wir nix machen können Ja Aber hätten wir auch so oder so nicht Okay warte Boah die Moni Man kann dir übrigens einfach so rüber jumpen Das ist auch kein Problem Die Moni die mag mich nicht So Moni Komm wenn das Moni ja ein Kerl ist So ich geh in die Mitte wieder Der Barbara hat das Spiel verlassen Schade Okay wenn der Kerl Moni heißt Hi Alter Sascha pass auf Sascha da kommen ganz viele Leute Sascha da kommen ganz viele Leute Du bist tot Zack Zack So Lol Sascha Super Ja Leute in die Mitte gehen Los Hä Da kommt einer Da kommt einer Da kommt einer Da kommt einer Haben Ich hab ihn runter gekickt Habe ihn runter gekickt Okay Jungs super Zack zack Ich hab was zu essen Bitte kannst du vergessen Leute Ja ich weiß Ja Wir holen uns ein Schwert und dann gehen wir da drauf man Dann können wir die Mitte nicht vergessen Eigentlich die beste Idee Dann ist vorbei mit der Mitte Okay wir holen uns ein Schwert Dann hol ich mir was zu essen Und dann schnetzeln wir die Moni Wir schnetzeln die Moni Ey was hat denn der Bronze gemacht Hey was hat denn der Bronze gemacht Komm schnell Hä wie Bronze hat die Mitte Ich bin auch weg Ja eben Bronze? Bronze hat die Mitte? Bronze? Ja klar ich bin der Programmer vor dem Herren Natürlich Okay Jungs jetzt müssen wir vor der Heiligen Bronze Was? Springen springen Okay sie kommen sie kommen Ne ich hab 3er schwer Leute Bam Alter Vorsicht Chaos Vorsicht Tschüss Moni Aber Sascha ist auch tot Wir müssen alle Wege von denen hier hin sprengen Ohne Scheiß Alle zerstören Ja ja wir müssen alle weg kaputt machen Ja Da kommt noch jemand Ne Alte kommt hier Ne Alte Immer schnell ne Spitzhacke holen Leute Dann können wir die anderen Weg abbauen Ne Alte kommt ne Ey Leute Jo Ja das ist ja nicht böse gemeint hier Da kommt der Gelbe Gelbe Leron LP kommt Wir kämpfen Ich hau lieber ab Wie du haust lieber ab Ich hau über 400 gold man Ja Leute komm Lasst die Wege von denen Abbauen wenn wir können Ja ich bin auf dem Weg Ich hole mir den Bogen Ich hole mir den Bogen Oh das Gelb 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 das ist Leron EP Da kommen ganz viele da kommen ganz viele Da kommen ganz viele Grüß Leon EP Grüß Leon EP Ah ich kämpfe gegen Moni Gegen mir einen Erzfeind Moony Ah nein nein Ok Ist Down Kaktus So ich würde jetzt den Garten abbauen Ja ja go Ganz ruhig Nicht so schreien nicht so schreien Ich schreie ja im lautesten Eben, ja. Ist doch gar kein Problem. Ich hab schon einen Tinnitus, aber das ist gut, ey. Die gucken komisch. Wo will der denn hin? Tschüss. Egal. Ah, die ist da, die ist da, die ist da. Ja, wow, was war das denn für ein Hit, Alter? Bats. Ne, ne, ist tot, ist tot. Da kommt der Nächste. Ab in die Mitte, ab in die Mitte. Da bin ich in die Mitte gehen. Der baut sich hoch, der baut sich hoch. Aber wir müssen von denen alles abbauen. Nice. Abbauen. Nice. Da kommt der Nächste. Maudi. Maudi Schamaudi. Maudi. 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 Komm, gelber, 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 gelber. Ey, ey. Na, wo? Maudi Schamaudi. Maudi Schamaudi. Maudi Schamaudi. Maudi Maudi. Oh, oh, oh. Pfeile. Oh, die haben fucking Bogen, Alter. Ich muss das Essen. Oh. Ich muss mal ganz schnell zurück. Wer den Bogen hat, bringt das nichts. Ja, chill, wir können noch ein bisschen rumjumpen. Ein bisschen Gold snacken. Bin tot, du. Ruhrenbock, du. Nein, fuck. Entschuldigung. Wir dürfen jetzt die Mitte nicht noch mal verlieren. Manchmal gehen die Emotionen mit mir durch. Nein. Sascha ist tot. Nein. Fuck it. Oh, 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 da kommt jemand. Leon LP, ich verfluche dich. Was? Ich werde keinen einzigen LP-Part von dir gucken. Keinen. Ach, Leon LP, du bist echt ein... Hab dich gerechnet. Nee, mega leck. Was ist das denn für eine Scheiße? Tschüss, Gabi. Links wird sich rüber gebaut. Nee. Alter, nur wegen dem Scheiß-Leck. Ja. Ich habe jetzt meine ganzen Sachen wieder verloren. Team Gelb. Ja. Das ist Team Gelb. Das ist Leon LP. Na warte, Leon. Wir holen dich. Dich und deine Familie. Was? Ich spiele mal so aggressiv, ne? Vor allem, wenn da so eine Scheiß passiert. Der Dinosaurier kommt wieder. Was? Toll, jetzt kann ich wieder die ganzen Sachen hier sammeln, ey. Uh. Oh, da braucht sich jemand rüber zu unserem Bett. Ich weiß. Alles gut. Schieß dir mal da runter. Alles gut, Kari. Kari. Ach, Bronze hat nen Bogen. Ja, der Bronze, weißt du. Ach, der ist die Mitte. Ey, Leute, zwei Leute, zwei Leute. Wo, wo, wo. Wo. Lauf, 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 lauf. Oh, nein. Oh, Mann. Ich hab keine, ich kann mich nicht wehren. Ich brauch auch nen Bogen. Okay, alles ruhig. Alles gut, alles gut. Spart auf nen Bogen oder holt euch eben schnell die Mitte und dann nen Bogen, weißt du? Ja, eben schnell die Mitte holen, klar. Ja, eben die Mitte ist natürlich... Leon? Nein, der botzt sich wieder zu. Nein, 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 nein. Das fangen wir gar nicht an, Leon LP. Ne, das fangen wir gar nicht an. Leon LP, das gibt's doch hier nicht hier. Nein, nein, nein. Das gibt's ja nicht. Das fangen wir gar nicht an. Das fangen wir gar nicht an. Das fangen wir gar nicht an. No! Dass hier irgendwas gebaut wird. Ohne unser Einverständnis. Wir sind doch hier nicht bei Minecraft. Ist so. Wir bauen hier das, was gebaut werden muss, liebe Freunde. Werd hier noch richtig sauer. Ich hab die Mitte übrigens, ne? Ey, da baut sich schon wieder jemand drüber, Leute. Der ist fast bei uns. Oh, oh. Oh, oh. Nix passiert. Leute, komm, wir brauchen nen Bogen. Du hast da nen Bogen, oder nicht? Ähm, der hinter dir ist einer, hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Oh! Nice. Alter, du bist grad noch auf die Plattform gekommen, Sascha. Ey, was macht der? Guck mal, schreibt der da hinten was? Hä? Was? Wo? Der schreibt jetzt Mafuyu, Alter. Wie geil! Wie geil ist das denn, Alter? Schreibt dir einfach Mafuyu mal. Nein, nein, nein! Nein, Matrien! Hör mal, ich kann nicht töten jetzt. Alter, ich hab die Mitte, Leute. Bei dir. Oh, da kommt wieder, da kommt wieder einer rüber. Hä, der ist noch von den falschen. Mach doch diesen Stein dahin, diesen anderen Stein. Pfeile! Leute, die bauen sich hier rüber. Ich hab nen Bogen. Baut das Bett ein, Leute. Bist du in der Mitte? Ja, in der Mitte bist grad eben. Aber dann... Boah! Ja, hab ich nämlich Treff hier den Dino. Tschüss. MC Niklas. Okay, okay. Moni ist tot. Damit das... Guck mal, Taras, das Austauschen hier gegen den Stein. Ist das besser dann? Äh... Ja, kannst du machen. Dimm, 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 dimm. Da kommt er wieder, der... Okay, tschüss. Tschüss. Alles gut. Keine Schnitte gegen uns, Mann. Bam, bam. Wenn ich gleich wieder sterbe, wenn ich den Bogen hab, ne? Dann flipp ich aus. Ohne Witz. Okay, dann hören wir, glaube ich, das größten Ausrast aller Zeiten. Eben, eben, eben. Ihr Doofmänner. Dennis, jetzt sei leise. Genau. Sonst werde ich nachher noch ganz schön sauer. Gräm dich nicht so. Mach mich nicht zornig. Oh. Da steht Mafui. Hier. Mafut, steht da. Oh, ich hab einfach irgendwo hingeschossen. Oh, guck mal, hier liegt ja Rüstung. Dankeschön. Da steht... Hä, da steht Mafut. Ja, kein Problem. Ich hab dir gerne da hingeworfen. Wir könnten Kontern und uns zu Gelb bauen. Ja, wir könnten die Chance gleich nutzen, ne? Das sieht doch immer gut aus, hier. Zack. Komm her. Jetzt bau dich da auch noch nicht zu, Mann. Oh, das... Ich hasse es. Ich hasse es so sehr. Ich hasse es so sehr. Ich hasse es so sehr. Der leckt. Der leckt. Der leckt auch. Der Otti hat den gekötet. Getötet. Er hat den gekotet. Er hat den gekotet. Er hat den gekotet. Was? Drauf da, Jungs! Nein, schon wieder der leckt, Mann! Das kann doch nicht sein! Genau an derselben Ecke! Der größte Ausraster, der wirkt. Boah, ist ja ein Nu. Was ist denn das für eine Scheiße? Warum leckt das denn hier immer an derselben Ecke? Weißt du, und immer wenn ich den Bogen habe. Das ist scheiße. Kevin? Ja, ich muss mich einrasten da... Da kommt einer! Der hat ein Schwert, Kevin. Der hat ein Schwert, der hat ein Schwert. Ja! Das bringt nichts. Was? Das bringt nichts, Mann! Oh, das bringt nichts. Die Links ist gleich da, ne, Leute. Aua! Also, wir müssen... Gleich heißt es entweder Gelb oder wir. Entweder Gelb oder wir. Ja, aber guck mal, die haben gleich komplett das fertig gebaut mit fetter Bauer, weißt du? Dann müssen wir dann rüber oder die holen unser Bett, weißt du? Ja. Unser Bett ist auch mega eingebaut, Alter. Will ich mal anmerken, ey. Unser Bett? Unser Bett, ey. Hammer. War das, das war grad Ironie, oder? Nein. Quatsch. Nein. Bäckery macht's immer uns lustig. Nee. Nein. Ey, da kommt der grüne Saurier. Naja. Komm her, Mann. Da kam der grüne Saurier, zack. Da ist keiner in der Mitte. Da ist er da und da ist er da und. Kommst du her? Kann jemand einen Bogen haben? Kann ich. Was kosten eigentlich diese Truhen da, ey? Nein! 75. Was gibt's da nicht, ey? Die sind am besten jetzt, um das Bett zuzubauen, oder was? Ja. Genau, genau. Links, links, drei Löde. Boah, ja, ich wollt grad sagen. Drei Löde. Von grün, oder von woher kommen die? Schieß nicht, obwohl es mit Fall und Bogen. Von links auch. Gelb. Alter, wie der mit Fallen zugeballert ist, ey. Gelb. Oh, nice, Alter. Sauber, Bonze. Ja, Bonze, Mann. Ja, 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 ja. Ey. Ey, dieses Zubauen, ne? Ja. Ja. Lol. Von Boden geleckt. Ähm. Boden geleckt. Komm schon, ich brauch einen Dreierbogen. Ja, ey. Ich brauch einen Dreierbogen. Ich brauch einen Dreierbogen. Ich brauch einen Dreierbogen. Ich brauch einen Dreierbogen. Der muss hier schon selber kaufen. Nice, Bronze. Weiter, weiter, komm. Okay, ich hab jetzt nicht ein Dreierbogen. Wir müssen das da weg sprengen, Leute. Dann bauen sie das dann gleich wieder auf, ne? So groß ist so ein Radius auch nicht. Wie gesagt, wir müssen die eigentlich gleich weghauen. Von der Mitte wird auch auf uns geschossen. Kuppertaros. Und die Kuh kann man jetzt nicht so schön abbauen, oder was? Ne, das dauert lange. Aber die können durch das Bett bauen, ne? Hier. Das ist nicht gut zugebaut. Weil die von mir aus direkt an das Bett können. Komm, da, komm, da, komm, da, komm, da, komm. Ach du Scheiße. Lol. Tschüss. Achille und LP geholt. Oh, da kommt jemand drüber. Tausend Pfeile. Da kommt jemand drüber, Leute. Leute. Ja, ja. Alles gut, alles gut. Ist schon drauf. Okay, okay. Okay, haben wir irgendwelche Tactics? Ey, aber diese Gelben bauen sich immer weiter. Stück für Stück, ne? Ja, lassen wir mal hin, ey. Wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir in der Zeit halt gut ausgerüstet sind. Was für Ego-Bronze, ey. Du hast volle Rüstung, weißt du? Ja, weil, kann ich so nix tun, wenn du die ganze Zeit krepierst, Mann. Oh, kann man sagen. Alter, sag der Loop höchstpersönlich da. Der immer runterfällt von selber. Du wirst nicht mal von Leuten gekillt. Du fällst einfach runter. Ich will größte Mühe hier zu überleben, ey. Für euch, Mann. Fürs Team, Mann. Ja, fürs Team, alles klar. Guck mal, da musst du ne Mauer bauen hier. Dann fällst du doch nicht so schnell runter. Da musst du ne Mauer bauen. Mach den voll einen auf Experten. Schön, schön. Hör mal. Alter, Leute, komm, du. Ich kill alle, Mann, jetzt. Ich kill alle. Was die können, können wir auch. Ja, der macht das schon mal ganz geil hier, der Tarussi hier. Der Tarussi. Der Ruster, der Alte. Guck mal, der springt da runter. Guck mal, der springt da runter. Wie der sich freut. Dann mit dem Magnetstiefel holen. Ey, dann bin ich echt komplett ausgerüstet. Alter. Na gut, dann darfst du nicht sterben. Ne. Was? Ein Kalkari. Was hab ich denn für ne Rüstung? Warte mal. Ah, ich hab drei und ein Schwert. Ah, Stärke zwei hab ich nur, oder? Ja. Ne, Schärfe zwei. Achso, ich hab auch den Einerbogen nur. Guck mal, Mafuyu dahin geschieben. Mafuyu. Deswegen dürfen wir ihn eigentlich nicht töten. Doch. Das sind ja mehrere. Das ist ein Komplett. Der will sich nur, das ist seine Taktik. Das ist Psychologie, Mann. Ey, du Ego, Mann. Will jemand ein Zweierschwert haben? Ja, gib mal. Ich hab noch kein Schwert. Für den Ego ein, zack. Du hast das wieder aufgesammelt, Bronze. Scheiß Zweierschwert, Mann. Aber keine Ahm, ne? Guck mal, so rüste ich mein Team aus hier, weißt du? Ja, komm mal. Ich hab Bronze mit seinem Bart, Alter. Bronze. Ey, die brauche ich da immer weiter zu. Ne Defensive hier starten. Ne Offensive, Mann. Boah, und die haben einen Dreierbogen, Mann. Boah. 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 Okay, ich hab verlorisch. Nein! Boah, Sascha! Scheiße, Mann. Jetzt hat er dich geholt. Jetzt hat er dich geholt. Unser wertvollsten Mann verloren, Alter. Ich bin dann am Leben. Ich war so gut equipped, ey. Guck mal, was die da machen, ne? Wir müssen da gleich echt alle durch, Mann, ey. Grün hat die Mitte sowas von dominiert gerade, ne? Oh, 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 oh. Quack, 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 quack. Mach die Kiste auf. Hey, du Sau. Hey, du Sau. Das ist doch was drin für mich. Guck mal hier, Sascha. Ich hab grad nur die Mitte gekleert, komplett. Ähm, ich hab drei Leute in die Mitte geholt. Ja, hol dir Gold. Hol dir Gold, Mann. Wie gesagt, oder einer von euch muss sich jetzt gelb von hinten anschleichen. Guck mal, hier sind drei Leute gerade, weißt du? Wie die sich immer Stück für Stück rüber bauen, so weißt du? Ja, ja. Langsam, aber sicher machen die das. Ich mach das jetzt. Sascha ist in die Mitte. Boah. Nee, von gelb schießt auch ein Fall und Dings auf uns immer. Ja, ja. Ja, die haben uns ganz schön eingekästen. Die haben uns Seemann, der Nahe. Wer ist denn da der Grüne da? Boah. Ey, das ist voll anstrengend. Ich hab's gerade komplett geholt. Ja, ja, das ist wirklich... Es zerrt an den Nerven nach und nach. Ja, aber ich kann nicht mehr. Dieser Druck ist einfach zu krass. Wir müssen das ins Bett mal weiter... Ja, Bett weiter auf einbauen, Leute. Ja, ob das wirklich was bringt? Also, wenn sie da schon durch sind, dann... Oh. War grad für ein Dreierbogen, Mann. Was kostet der 450, kann das sein? Ja. Das ist vollkommen korrekt. Hab ich auch einen Dreierbogen? Ne, ich hab einen normalen Bogen. Ich hab gar keinen Bogen. Ein Zweierbogen. Das ist mit Stärke 1, das Zweierbogen. Pass auch auf nicht, dass einer durch die Mitte leicht kommt, ne? Ja, ich guck immer. Okay, ich warte mal. Mann. Ich bin eigentlich wieder gut equipped. Ich eigentlich auch ganz gut. Ja. Ja auch, Mann. Wenn das jetzt nicht laggt, dann... Ich wär... Also, wenn das... Wenn das nicht zweimal gelaggt hätte, dann wär ich auch mega equipped jetzt noch. Was hältst du eigentlich für eine Regenerations-Tank, Sascha? Äh, weiß ich nicht. Kannst dich da nicht schnell hochheilen? Okay, ich hab jetzt den Dreierbogen, Mann. Aha. Ey, dieser MC Niklas, ne? Was bist du? Eieieiei. Okay, Leute, wir müssen uns gleich irgendwie versuchen. Ich brauch Boots. Ich brauch Boots. Ich brauch Boots, Boots. Ich halt die zurück, Taros, und du kannst dich da ranbauen, weißt du? Ich seh'n die das gar nicht. Oh, jetzt schießt wieder jemand. Die hab' ich schon gesehen. Da hab' ich gesehen. Nicht nochmal, Kollege, nicht nochmal. Komm drauf, da, Mann. Nice. Super, super, super. Alle drauf, da, weißt du? Immer nach hinten auch gucken, ne? So will ich das auch gleich sehen, ey. Leute, gelber im Anmarsch. Gelb kommt von hier, aber kein Problem. Der soll kommen, der soll kommen. Tschüss. Nice. Ah, ist er. Was wollt ihr eigentlich? Das war ein richtiges Problem. Wie euch da ihr Pisser? Los geht's, Mann. Ey, dieser Kollege da oben mit dem Bogen, ne? Das ist so abgermal. Wie der immer so ganz kurz hoch springt, ne? Immer so, kennst du wie beim Maulwurf drauf, weißt du? Ich hab' ein Dreier-Schwert. Ich hab' ein Dreier-Schwert. Ich würd' gern ein bisschen in der Bogen arbeiten, weil von da aus bringt das halt nicht. Naja, bestimmt. Aber wir müssen halt hier jetzt drauf aufpassen, so, weißt du? Das ist das Problem. Ah, das sind echt unvorhergesehene Ereignisse hier. Ja, keine Ahnung, dass die sich hier ranbauen. Ne, die sollen sich halt... Lass die doch hier ranbauen, ist doch gut für uns, dann müssen wir das doch nicht immer nehmen. Oh. Boah, Alter, der ist so am lecken, der Typ, Mann. Werde cheated. Eins von beiden. Die waren's aber clever, die wechseln immer durch. Ich geh'n hier mit. Achtung, jetzt, Alter, Achtung! Wow, fuck! Alles gut, ich bin da, bitte. Da ist ein roter. Ah, rot muss man ein bisschen aufgrün. Alter, wir haben's mit allen zu tun hier, ey. Was ne Megaschlacht. Warum trepp' ich den denn nicht, den einen hier? Jetzt. Oh, oh. Okay, ich geh' wieder zurück. Einen hab' ich. Ach, den haben auch meine am Gebäude, ist aber nett, dankeschön. Wow, 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 wow. Jetzt aber, Mann. Jetzt aber, jetzt. Okay, ich hab' 700 Ressourcen. Bist du tot? Okay, Sascha, ich kann dich direkt wieder ausrüsten. Super, mach, 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 mach schnell. Ah, mein Sack klemmt, Alter. Hä? Mach schnell, die wissen das, Mann. Komm jetzt, die kommen, die kommen. Die wissen das, Sascha, hier, zack. Ja. Zack, zack, zack. Dreierbogen, zack. Auf da, Bronzor, auf da, drei mal drauf. Was ist alles her, wann? Ich war gerade in der Mitte. Ich hab' mir zwei Schuhe gegeben, danke. Wir müssen da draus sprayen, Bronzor, bauen die nicht weiter. Aber lass die das sogar weiterbauen, ist doch besser. Dann hauen wir uns einen goldenen Apfel rein, Stärke tranken und holen die weg. Ich muss schon mal die beste Schmitzange machen. Sind die in der Mitte? Äh, wie ist hier, wie, genau, wie ist hier mit Gelben? Die Gelben kommen, ja, die sind jetzt da, ne? Ja, lass sie kommen, ist doch gut, ist doch gut für uns. Wenn die da sind, laufen wir los, oder was? Alle zusammen? Äh... Wir müssten die eigentlich sogar bauen lassen, ungehindert bauen lassen. Oh Mann, ey. Wir müssen das Bett da mal noch weiter zubauen, Leute. Ja. Weil so ist nix. Was kostet eine Kiste? Das ist überhaupt kein Schutz. 75. Kauf mal ein paar Kisten, ey. Ein paar Cases öffnen. Oh Gott. Äh, das ist eine lange Partie. Ja, ja, die wird anstrengend. Leute, spart mal auf Kisten. Die ist bereits anstrengend. Ich weiß nicht, ob wir uns jetzt so auf die, uns in der Bett konzentrieren sollen. Weil im Endeffekt greifen wir ja an. Ja, aber wir brauchen nur einen aus den Augen verlieren, Alter. Sieht so aus, sie sind durch, glaube ich. Ja, lass ihn kommen. Okay, jetzt aber, Freunde. Durch? Ja, ja, sie... Ja. Okay. Da ist einer. Ihr wisst, ihr wisst, was das bedeutet. Ah, die hocken da überall, die hocken hier überall. Wäre natürlich cool, wenn jetzt Rot oder Grün jetzt zu den Gaben gehen würde. Das würden wir uns auch... Äh, Alter, das ist was hier für ein Krieg, Mann. Wollen wir uns mal aufteilen? Wir gehen von links um. Scheiße, Mann, ich bin fast tot, Alter. Kann nichts machen gerade. Dann, dann... Nein, das ist doch nicht wahr! Sascha ist tot. Das kann doch nicht wahr sein. Wie kann er mich immer treffen? Es ist echt zum Kacken. Geht's in die Mitte. Nee, Leute. Komm, Sascha, komm. Unfassbar. Ja, da ist ein Grüner jetzt. Kannst... Kannst voll knicken. Ich würde mal sagen, einer macht hier Verteidigung. Einer? Zwei oder drei gehen jetzt quasi von vorne. Einer verteidigen. Wenn die mit allem ankommen, ist es vorbei, ey. Ja, stimmt. Ich gehe mal lieber wieder zurück. Ach, fuck, Alter. Ich war komplett... Ich bin nur noch geflogen. Ein Gelber hat mich... Grün kommt jetzt auch von vorne. Wir werden gerade von beiden Seiten attackiert. Okay, wir sind am Arsch, Leute. Juhu. Wir brauchen den Typen nur einmal treffen, wenn der da oben draufsteht, ey. Dann fliegt der sowas von runter. Ich habe alle meine Sachen verloren, ne? Der kommt. Er ist nur gestorben, weil die mich runtergeschossen haben. Der kommt, Leute! Alter, ich bin tot, Mann! Leute, Leute, hoch, da oben! Ja, scheiße! Er ist runter. Okay, er ist down, er ist down. Da drüben schießen die mit Pfeil und Bogen auf uns. Aufpassen. Ich habe noch einen geholt. Ich habe wieder keine Sachen mehr, ey. Das ist so... Ja, das ist zum Kotzen. Oh, Alter. Wenn man immer so dran spart und dann voll... Leute, wir müssen den Weg von gelb weg... weg... abbauen. Wenn die uns aber rennen... Ach, nee! Komm, Alter! Du bist doch scheiße! Weißt du, die gelben sind Wichser. Jetzt abbauen, egal ob ich drauf bin. Nein! Ich bin down, ich bin down, ich bin auch down. Ja, toll. Jetzt schnell wir alle am laufenden Bann. Willst du mich geben? Mann! Boxt ihn, boxt ihn, boxt ihn! Da, der... Alter, Leute, der ist doch da! Oh, ja. Ja, und the bet is down. GG. Was haben wir eigentlich, dass die immer zu uns kommen, in jeder Runde. Wir haben das doch alles kommen sehen. Das kann doch nicht sein, ey. Ich lebe noch! Ich lebe noch! Tod! Ach komm, das ist doch scheiße, Mann! Ohne Witz! Machst du nix, ey! Da bist du raus, Mann! Da bist du auf die Nerven gerade. Äh, ja. Ja, dann machen die so auf Frieden. Weil wir waren ja so gut ausgerüstet und alles so, eyste. Du bist ein Nub, Alter. Guck mal! Jetzt wird dieser Leon noch ein bisschen überheblich. Der Bastard, ey. Guck mal! Ja, komm! Lass mich drauf! Ja, komm! War hier fertig, war hier fertig, war hier fertig! Wer dich ja nicht trifft? Ja, springe ich selber in den Tod, Mann, ihr Wichser! Nub! Fronze schreibt Nub! Ja, das war auch wieder heute eine neue Folge. Bad Wars! Wir haben leider verloren. Schade, aber wir haben gut gefeiert, wie ich fand. Aber das Problem ist, wir hätten den Weg doch kappen müssen, weil ich habe ja eigentlich einen Vorschlag gehabt, dass wir die kommen lassen, aber die haben uns dann überrannt. Na ja, ist halt so. Wir sehen uns dann wieder bei der nächsten Folge von Bad Wars. Übermorgen geht's weiter. Ciao! Tschüssi! Selbstmordleon LP.